hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich habe heute in den tunnel gehen also wenn die zu ist bin ich am ach so ich dachte du wolltest so ein lied singen ich bin runter gefallen es ist ein bisschen dunkel hier drin hallo ihr seid mir ein bisschen viele also es sind nur zwei aber es ist ein dicker dabei oh einer geht noch wunderbar habe ich nur noch den dicken hallo hausdauer hätte ich gern wo waren jeder ausgang ok das hat ihn nicht dahin geracht ich habe mal ein bisschen vergrößert ja okay einer nach der anderen bitte ok jetzt der kleine alles ein kampf auf augenhöhe oh mein gott da müsste ja die andere schalte denn auch ja klar meine falle sind weg so jo geil retro kühlschrank was können wir denn naschen eine kartoffel oh jasmin dein paradies ich habe einen schnapshaufen gefunden ich habe nochmal birnen aber ich muss die essen ja ich weiß dass ich hunger habe elektrical traps du hast schädlinge sieh dir diese verrückten fallen zur schädlingsbekämpfung und haussicherung an verbessert die fertigkeit zum fertigen von fallen auto äh kabel nach dem was ich gerade gelernt habe so was haben wir hier noch schrotflintenpatron geil das ist schrott für den frei der pelle bin ich gewappnet geil hab noch ein kochbuch für dich weißt gar nicht was wolltest du nur noch lernen außer kochen alles ok ok ja wir müssen das schon irgendwie ein bisschen einteilen scheiße das ist nur eine toilette hier unten aber das wäre schon ein interessanter bunker eigentlich hier ein bisschen klein ne na gut wir haben das hier noch oh es regnet immer noch jasmin das wetter wird nicht besser war ich da schon drinne ich würde glatt behaupten ja hier war ich schon ne nö sehr praktisch hallo keiner da ich hab nochmal kürbissamen hm 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 ja gut kann man mal reingucken ne aber oh Kartoffelsamen geht geht hier mei oh mei das war aber ne dicke Ausbeute hier hm hm jasmin hm was nix ich wollte nur mal deinen namen sagen damit die leute wissen du bist auch da ja ich muss hier bauen bist du gerade hoch konzentriert ja weil das nicht so will wie ich möchte ich finde diese form sind hier irgendwie alle ein bisschen doof ja muss man mitdenken ne muss man mitdenken ich bin absolut voll na äh wie du was baust meine ich ne die form passen alle nicht wie zum ersetzen zum beispiel achso äh dann halt doch auf die form hast du noch bei dir das das hab ich weiß ich schon lange mit kopieren das mach ich schon die ganze zeit was kopieren mit den anderen dingern kopieren ja was kopieren äh wenn du noch ne fläche hast die ähm und du willst was machen was genau so werden soll dann drückst du äh lässt du R gedrückt und auf mein jetzt R gedrückt genau wenn du den bauklotz hast den hältst du dagegen drückst äh hältst R gedrückt und dann steht da copy shape irgendwo mit im kreis recht rechtseite form copy genau und darüber kannst du es denn auch drehen ne hm äh geht aber nicht nitrat es geht nicht was du machst meinst doch nicht also du hast die form hast jetzt kopiert ja hä wie soll ich das denn kopieren ich hab hier schon ein loch drin ja aber hast du irgendwo anders diese form noch äh vorhanden die du haben willst ich will das loch hinzumachen alles gut ja du machst das schon du machst das schon ja wie soll ich denn das weiß ich doch nicht wie das geht oh mein gott hä rechte maustaste und kopieren hä wieso rechte maustaste ja rechts R drücken auch eine schade ja ja nicht j Hit stepped das ist um Ich treffe hier nix. Äh, habe ich noch Platz für Mais? Du, du, du. So. Er kopiert das aber nicht so, wie ich das brauche. Mhm. Ja. Wieso nicht? Weil das falsch rum ist. Du willst das kopfüber haben. Ja. Halt nochmal R gedrückt. Ja. Und dann hast du, warte, ich nehme mir gerade mal einen Block in der Hand. Ich habe das schon mit den Formen und so ausprobiert, da ist das aber nicht bei. Nein, nein, du hast es jetzt, du hast die Form kopiert, ne, und die willst du jetzt gedreht haben. Ja, dass die Spitze in der Ecke ist. Genau, dann hältst du R nochmal gedrückt. Mach ich. Und da ist unten rechts ein Würfel, der hat so geschwungene... Der hat fortgeschritten. Genau. Das nimmst du. Und jetzt kannst du dir mit linker Maustaste so lange drehen, bis der so ist, wie du da rein willst. Geil. Und ich habe das alles vorhin oben selber zu... Nicht lustig, ey. Ich habe vorhin oben alles selber geguckt, wie ich das machen kann, weil ich das nicht wusste, dass man das drehen kann. Ja, doch, das geht. Weil das kann ich nicht aufmachen, das Dach, dann werde ich nass und... Sandra. Aber ich muss hier mal eben, äh... Ich kriege hier kein Mais. Ah, ein Mais und ich esse sie. Gut. Haben wir das auch gelöst. Die Vertrockneten bringen nix. Äh... So. Oh, ich habe schon wieder Durst, ey. Und ich habe gar nichts zu trinken hier. Ich bringe denn ein paar trübe Wasser mit. Mhm. Wenn ich bis dahin nicht verhungert bin. Echt schwierig, ne? Aber ich lungere hier gerade beim Bauernhof rum. Äh... Ich denke mal, Bauern, Landwirtschaft, die werden ja wohl ein bisschen Nahrung für mich überhaben. Hm. So, hier komme ich hoch. Hallo? Klopf, klopf. Helmut? Ich weiß nicht, ob Helmut noch hier ist. Oh. Was haben wir denn hier? Fein ist. Toilette. Oh, unberührt. Hm. Blatt Papier. Das ist keine Verbindung, ne? Ne. Ah, ja. Ja, 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 ja. Das haben wir nicht gesehen. Fühlst du dich glücklich? Glück ist etwas für Verlierer. Bereite dich vor und erfahre, wie du deine eigenen Handfeuerwaffen fertigst. Okay. Äh. Aber halt nicht die Bücher, die ich haben will. Bleibt zurück, ihr zwei. Ich, ich, ich warne euch. Ich habe eine Schrotflinte. Oh Gott. Ich kann nicht laufen. Boah. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gut, Jasmin, also mein Rucksack ist, äh, weg. Meine Munition auch. Und, äh, die Arschrot haben mir nicht geholfen. Warum ist das weg? Ich habe nichts mehr gesehen können. Und ich finde diesen Schockstab voll scheiße. Da ist der Wig... Wig... Widerling. Ich will meinen Holzknüppel wieder haben. Ja, so habe ich mich gefühlt, als ich mein Maschinengewehr an der anderen Dings da fallen gelassen habe. Das war aber auch ein Unding, dass du das, äh, dass das, also, dass das de-spawned, ne? Ja. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet, also... Ganz Deutschland stand hinter dir. Komm, halt. Tränen sind geflossen. Jo. Messing, das brauchen wir später in Massen. Oh, Entschuldigung. So, zwei Blatt Papier. Irgendwas Spannendes im Basement. Praktisch. Was ist das? Lauf, Alter, lauf. Nein, ey, wachs dir ja nicht. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ich raste aus. Nimm das. Heile mich hoch. Heile mich hoch. Hocher? Hocher. Ich habe einen Lacken hier vorm komischen Sitzen. Äh... Oh, ja. Boah. Also, sobald ich zurück bin, schmeiße ich den Schockstab in die Kiste und nehme mir wieder ein Knüppel. Ja. Ich habe mit dem in der anderen Alpha habe ich auch, äh... Den habe ich auch nicht genommen. Ich fand den auch irgendwie komisch. Der ist benutzerunfreundlich, finde ich. Oder wir sind so doof. Nein. Der ist benutzerunfreundlich. Mhm. Oh... Oh... Hallo? Irgendwelche bösen Überraschungen? Ich kann einfach nicht laufen. Oh Gott, war das knapp. Hätte ich mich jetzt geschlagen, ne? Ich wäre geliefert. Hm. Das... Okay, das wirkt nicht ganz so falsch. Jasmin, ich bin einmal unterwegs und ich bin absolutes Praktik. Ich bin 3,8% infiziert, obwohl ich eben gerade erst gestorben bin. Ich habe einen Schädel-Trauma. Ich bin 18 überladen. Meine Rüstung ist schwach. Mein Arm ist gebrochen. Mein Bein ist gebrochen. Mein Knie ist geprellt. Ja... Läuft bei dir wahr? Ja... Ich bringe dir keine Rüstung mit, weil... Kann ich nicht tragen. Danke. Erstmal noch einen kleinen Blick hier rüber werfen. Leben bräuchte ich auch. Leben und... Leben lassen. Aufwerten, ja. Ah, Jasmin, mir geht's nicht gut. Hm. Ich leide Qualen. Oh, hier sind ein paar interessante... Hier, das muss hier mit bei sein. So... Urius Fist. Oh, das würde ich dir gerne mitbringen. Bist du es leid, gemobbt zu werden? Verlei deinen Rivalen eine dicke Lippe mit einem schön platzierten Schlagring. Verbessere die Fertigkeit zur Fertigung von Schlagring. Aber ich kann's dir nicht mitbringen, also muss ich's lernen. Mach doch. Auto lerne ich sowieso. Und... Forgehead. Wir können jetzt eine Schmiede bauen, Jasmin. Der Ausflug hat sich trotz aller Schwierigkeiten und Strapazen gelohnt. Hm. Siehste. Ja. Hast du Trinken auch? Was ist er lebt da unten? Äh... Zehn Trübe Wasser. Das ist schon mal gut. Hm... Bisschen nicht für dich. Hm. Gut. Komm schon. Aula. Einen noch. Komm. Ah. Was ist das? Oh, der Klüm... Der... Der glümliche... Der glümliche Sammler, Jasmin. Der glückliche Sammler. Band 6. Nahrung. Das einzige Fast Food heutzutage kommt aus Dosen. Mit diesem Tipp wirst du noch ein bisschen mehr davon auftreiben können. Finde mehr Nahrung in Beute. Und durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Ein Erdbohrer. Was wär's? Nein. Äh... Verringert Lärm von Rüstung. Gedämpfte Verbindungs-Mod. Ja. Ist ja fast so gut wie ein Erdbohrer, ne? Wen haben wir denn hier? Ist das nur einer? Das hört sich nicht so an wie nur einer. Ah. Er schon wieder. Na gut, komm. Wir wagen es. Eins. Zwei. Drei. Schockstachel. Und zweimal wieder aufgeladen. Sehr schön. Äh... Ja. Ich komm jetzt großen Schrittes nach Hause. Okay. Du wirst überrascht sein, wie schnell ich da bin. Mhm. Das hat sich gelohnt. Hier sind noch Kartoffeln auf dem Feld. Äh... Ich org uns die mal, ne? Jo. Ne, ich komm nach Hause. Ach, mir geht's so dreckig. In dem Tempo hier das Feld abzulaufen ist auch kein Spaß. Mhm. Äh, steht für... Ah, ich kann's gar nicht reparieren. So. Und acht Schrotflintenpatronen hab ich wieder gefunden. Ach so, das sind gar keine Teiche, sondern äh... Gräben. Auf der Karte. Mhm. Ne, das sind doch Teiche. Der Graben ist extra eingezeichnet. Mhm. Haben wir denn mittlerweile wieder Honig? Einen hab ich, glaub ich. Darf ich den haben? Wenn du mir Lehm und Steine mitgebracht hast? Äh... Lehm. Lehm und Steine. Naja, erstmal hab ich Lehm. Ja, das fragt mir nix. Der Stein kommt auf der nächsten Tour. Ich mein, äh... Ja, my lady. Ja, ja. Bring ich mit, Saya. Äh, diese alte Kackbratze. Den ganzen Tag pümmelt die zuhause auf die Sofa rum. Ich muss hier alles organisieren, dann krieg ich auch noch auf den... Der vermöbelt die mich auch noch. Ich... ich... ich hau ab. Ich hau einfach ab. Ich mein... Hier ist kein Wasser drinnen, ey. Nicht gesehen. Hier ist ein freies Land vor mir. Frei, unabhängig... Voller. Harmony. Jasmin, da kommt Gewitter. Ich hab Angst. Hol mich ab, bitte, bitte. Hol mich ab, hol mich ab. Komm mir entgegen, komm mir entgegen. Ich hab Angst, dass ich gut getroffen werde vom Blitz. Ich bin so verdammt langsam. Der letzte Meter ist der schlimmste. Ähm... 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 Jasmin, komm sofort raus. Oha. Sofort. Komm, 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 komm. Wo denn? Links, rechts? Einfach geradeaus. Nein, ich geh nicht runter. Links, rechts. Hier. Da. Du musst hier einen Hirsch auseinander nehmen. Ich hab ihn schon gekillt. Aber ich hab keinen Platz mehr. Hier. Wo denn? Hier. Boah. Guck mal. Richtiger Blattschuss. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warum? Hier. Nimm das hier. Damit kriegst du mehr Fleisch raus. So. Trauresheim. Wo ist denn der Honig? Habe ich. Ach, in deiner Tasche. Ja. Sei aber nicht so bockig hier, wo alle Zimtzicken sind. Ja, wenn du prakst, haben wir noch Honig. Ja, ich hab gesagt bei mir. Ja, ich dachte hier drinnen. Hab ich den geschmissen. Dankeschön. So. Äh, hier. Warte. Ähm. Dann koch ich jetzt mal. Ja. Die Samen hab ich dir mit in ne Kiste gepackt, ne? Mhm. In die Essenskiste. Na ja. Ähm. Jetzt muss ich einmal hier aussortieren. Ähm. 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 So. Haben wir schon? Ja. Hm? Wunderbar. Ah. Endlich. Ein Holzklotz? Zum Geier krieg ich ein Holzklotz her. Oh. Kann man selber herstellen. Äh. Zehn Holz. So. Drei Klebeband. Skide. Schmierde. Äh. Zehn Leder. Leder hab ich auch noch. Äh. Äh. Leder hab ich hier unten. Oder? Ja. Ähm. Schmiede. Schmiede. Jetzt brauch ich noch, äh. Drei kurzes Rohr. Also nicht ein langes Rohr, was du hast. Sondern ein kurzes. Da bin ich ja perfekt gewappnet. Und zu guter Letzt nochmal 50 Pflaster. Haben wir noch Pflastersteine? Hm. Fünf hab ich. Oh. Scheiße. Hm? Das ist nicht gut. Ja, deswegen sag ich Lehm und Steine brauch ich. Ich auch. Okay. Ich bin wichtiger. Mhm. Aha. Ah ja. Ah. Ich bin ja immer noch der Board. Ah. Hast du noch verrottetes Fleisch? Äh. Habe ich in deine Kiste mit reingenommen? In die Essungskiste. Okay. Ach. Eins, zwei, eins. Wie viele Steine, oder wofür brauchst du Steine? Beim Aufwerten wollte ich das machen. Achso, wolltest du auch Pflastersteine herstellen? Ja, alles gut, ich hol mir die selber. So, wunderbar. Und die Fläche nicht verschandelt, ach herrlich. Kann ich noch nicht herstellen. Erntewerkzeuge? Jasmin, du lernst ja Erntewerkzeuge, ne? Denk ich mal. Wenn du elf davon gelernt hast, kannst du ne bessere Axt herstellen. Mhm. So. 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 So, reicht erstmal. Ach ja, ich bin ja immer noch eingeschränkt, Jasmin. So. So, jetzt kommt der große Moment. Ach, herrlich. Achso, du hast mein Jagdbesser noch. Ja, war das? Äh, wie war das nochmal? Einfach rausziehen aus der Leiste. Danke. Kann ich da auch gleich mal ne Mod reinmachen? So. Schick, schick. Achso. Achso, äh, ich hab noch was für dich. Oder hast du Stufe 3 Schaufel? Ich hab noch ne Stufe 2. Ja, bitteschön. Danke. So, ich platziere die Schmiede mal unten im Keller. Jetzt hab ich Speck mit Eiern freigeschaltet. Die sieht ja so cool aus. Geht hier in der Ecke nur. Oh, da ist die Leiter im Weg. Ja, ich denk das geht, oder? Wie sieht das denn aus, wenn die brennen? Ja. Geil. Finde ich gut. Das sieht cool aus. Ich kann es bestimmt auch noch aufwerten, wenn du hier Blasebike, Amboss und Schmelztiegel hast. Sieht bestimmt geil aus. Äh, so, weiter im Verhältnis. Äh, Nitrat, Schießpulver hab ich noch. Geh mal raus. Hehehehe. Ich? Warte. Wie viele? Nein, bleib drin. Da sind Zombies. Viele? Äh, ich glaub drei. Das ist gut. Hallo. Die sind weitergelaufen. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Äh. Aber hab ich doch recht gut gemacht hier, oder? Äh, ich hab noch gar nicht geguckt, muss ich zugeben. So, ich bring die mal mit. Den bringst du mit? Äh, ich hab mir von der Meute hier mal ein paar abgezwackt. Ein. Verdammt. Nein, lauf doch! Nein, geh außen! Nein! Wieso gehst du denn nicht außenrum, du Hammel? Ich muss doch gucken, ob das hier funktioniert. Ah, ich hab kein Holz. Ah. Baum fällt! Baum fällt! Oh. Und so. Geht hoch. Geht hoch. So weit weg, ne? So, da bis da. Wo hast du denn jetzt das, äh, Leder eigentlich hingepackt oder hast du das jetzt alles aufgebaut? Äh, das hab ich für die Schmiede aufgebraucht. Wieso packe ich das? Hier rein. Da, wo's reinkommt eigentlich. Wo kommt denn das eigentlich rein? Unten in die, wo die Knochen sind. Genau. Ruppe oder was? Was denn? Mich jetzt testen, alter Jaffel, oder? Wo, ich, Anna, ich doch nicht. Ich wohl. Was heißt denn, ihr alter Jaffel? Ich bin's wohl langsam ein bisschen. Nur weil ich hässlich bin. Gönnung. Oh, äh, ja. Ich hab ja gar keine Ausdauer. Einmal aufladen, bitte. Elektrisieren. Ich hab, ich hab versucht, sie mit dem Defibrillator zu reanimieren, aber es hat nicht funktioniert, Jasmin. Ja, Patrick. Die ist umgefallen. Patrick. Jasmin. Volle Ladung in Trostkapi. der lebt doch das ist ja so frech ja 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 das du kannst hier auch gemüse und so anbauen das sind beete und warum soll ich die draußen anpflanzen hallo hallo antworten doch mal so und das soll es für heute gewesen sein mit 7 days to die wir sehen uns morgen wieder morgen geht es weiter schaltet wieder ein wir würden uns freuen bis dahin macht's gut ciao tschüss